Die neue Tastatur G19 von Logitech ist im Testlabor der PC Games Hardware angekommen. Die mitgelieferte Software soll für 60 Spiele Zusatzinfos einblenden. Logitech erwähnt explizit World of Warcraft, aber auch Voice-over-IP-Infos, Uhrzeit, CPU-Last oder Bilder und Videos lassen sich anzeigen. Die Logitech G19 kann auch YouTube-Filme darstellen, beispielsweise ein PCGH in Gefahr-Video. Über die weiteren Eigenschaften der Tastatur informieren wir Sie im Test. Untertitelung des ZDF für funk, 2017